Musik Willkommen zu Großmeister Mandakchia, einem der wohl einflussreichsten lebenden taoistischen Qigong-Lehrer unserer Zeit. Er versteht es, traditionelle Weisheit mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden und erklärt auf verständliche Weise den Aufbau und die Funktion von einzelner Zelle bis hin zum Universum. Unterrichten ist seine Leidenschaft. Nach intensiven Jahren des Studiums verschiedener taoistischer, buddhistischer und Zen-Disziplinen und des Lehrens in Asien, zog er 1976 nach New York. Seine Popularität und seine Schülergemeinde wuchsen schnell und Ende der 80er Jahre begann er in ganz Europa zu unterrichten und startete schließlich seine jährliche Welt-Tournee, bei der er regelmäßig in vielen Städten rund um den Globus unterrichtete. Mandakchia erschuf das Universal Healing Tao System mit fünf Branchen, die Techniken zur Entgiftung, zum Stressabbau bis hin zu höchsten Stufen der Meditation beinhalten. Bis heute hat er tausende von Schülern unterrichtet und mehr als 2000 Instruktoren zertifiziert. 1994 eröffnete er den Tao Garten in Thailand-Shang Mai, ein vielfach ausgezeichnetes Gesundheits- und Lehrzentrum. Sein erstes Buch erschien 1981 und seither hat er 60 weitere Bücher geschrieben. Seinem Prinzip folgend Praxis ist der Schlüssel. Danke für Ihr Interesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017